Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Yoshi's Woolly World. Nicht lange drum herum reden, gleich weiter und schon mal in vornherein weg. Es sollten die Folgen ein bisschen kürzer ausfallen, als sonst möchte ich mich dafür entschuldigen. Ich bin gerade am vorproduzieren, da ich ab Samstag, heute ist Montag, in Urlaub fahre. Das heißt, wenn ihr das hier seht, bin ich schon im Urlaub. Und ich habe euch versprochen, dass ich mich darüber informiere, wo diese Dinge hier sind. Ich habe mich darüber informiert. Hoffentlich habe ich mir alles gemerkt und los geht's. Spitzensport. Schnuffel. Hund. Einfach so. Hund. Ein Hund. Hund. Ihn sollst aufstecken. Yeah. Komm her. So. Da hatten wir schon mal einen, der uns gefehlt hat. Vergiss es. Ja gut, wir müssen auch noch schauen, dass wir... Die letzten drei Stempel holen. Oh, zurück. Zurück, mein Freund. Zurück. Autsch. Irgendwie habe ich das kommen sehen. Mist. Gut, jetzt abzuschnüpfel. So. Hoch. Jetzt muss ich schauen, dass ich das perfekte Timing mache. Loser weit, weit, weit. Komm, 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 komm. Komm her, komm her, komm her. Spring. Perfekt. So ist gut. Komm her. Und weiter. Musst du noch sein. Mann, Schnuffel, habe ich doch nicht da rein. Komm her, Schnuffel. Oh. In die Richtung. Danke sehr. Und los. Oh yeah. Hoch. Tschüssi. Tschüssi. So. Dann war das andere Ding irgendwo... Autsch. Oh Mann. Komm her. Das andere Ding war irgendwo hier. Kommt schon. Oh yeah. Oh yeah. Na los. Ich geh trotzdem... Nein. Ah, ich wollte sagen, ich geh trotzdem dort rein, weil halt eben... äh... die Stempel auch noch haben will. Und über die habe ich mich nicht informiert. Mist. So. 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 Weiter. Oh. Oh yeah. Okay, das mit dem Herzen wird wohl irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Hehe... Wo hier ich wohl dieses Gefühl habe... noch auf sagen können aufschlecken einfach so jetzt habe ich gerade einmal micro geschlägt war das gibt es doch nicht alter bin ich unvorsichtig geworden meine fresse das liegt an meiner scheiben ungeduld ich will schnell diese level diese blumen einsammeln damit ich nachher den nächsten machen kann meine fresse das meine ich mit meiner ungeduld allein da du bleibst da blöcke den anderen ich bin gemein Mist komm her und hoch hey jawoll ich will nicht sterben ich will nicht sterben wow ja holst du es mir bitte hol es bring es man bring es mir doch los 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 bisschen pflanzliche stoffe zu sich genommen hat und sie mit stoffliche stoffe umgarten hat das klingt das ist jetzt mein neues wort nicht fluchen nicht fluchen stoffel du bist der beste ich tue jetzt einfach so als hätte ich der beste gelesen partner look ok oh gott wo waren die schon wieder wo ist die vierte rolle meine gibt es viel zu ganz schön ja verdammt das wissen wir doch schon seit der letzten aufnahme session die musik die liebe es richtig gefällt hier geblieben warte warte was habe ich hier alles da fehlen noch zwei dinge ins kirchens d2 stempel und damit ihr feuer runter komm nicht auf die die video du elende wolle verschwinde so danke sehr zu freundlich man war es nicht hier wo war es denn da war da war noch einer so das war der letzte okay ok 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 oh 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 Oh, ja. Nein. Nein. Mann, no. Fresse halten, hier kommen. Fresse halten, hier kommen. Nicht rum springen. Ja, ihr Volk, verbrennt doch alle durch unten. Schneller, schneller, schneller. Ich will die neuen Level anfangen. Ah. Ah. Ah, ja. Da gibt... Nein, doch. Mist. Hui, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Du verbrennst mein Hintern nicht, vergiss es. Und du auch nicht. So ist gut. Komm runter. Runter, runter. Wo fehlt mir denn noch einer? Ich habe schon wieder den zweiten übersehen. Bin ich so blöd? Oh Mann. Ich weiß ungefähr, wo der ist. Ungefähr. Also, wow, warte, warte. Nein, hier war er nicht. Nein, nicht runterfallen. Wie das Feuer der Wolle einfach mal nichts ausmacht. Nein. Doch, ich kann noch zurück. Oh, ist das geil. War es nicht hier? Bin ich blöd? Uiuiui. Das war doch hier irgendwo. Wo war es denn jetzt? Wo war es denn jetzt? Mann, wo war es? Mann, wo war es? Fresse halten. Ich habe jetzt keinen Bock darauf. Hä? Ich meine, es ist wirklich nicht mehr. Nein, du sollst drauf treten. Nicht dich treffen lassen. Komm, geh mal weiter. Boah. Nein. Nein, mein Checkpoint. Aber das legt mich schon ein bisschen auf, dass ich jetzt wieder vergessen habe, wo es ist. Boah. Woaw. Komm schon, komm schon, Mann, mach keinen Scheiß. Oh. Oh. Oh Mann. Ront, 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 ront. Ui.